so herzlich willkommen hier in einem neuen gebiet gemeinsam mit dem fungamer wildlands bitte ghost recon hat es schon einige gegeben gut und ich nehme die ersten aufgangsarten hier ich hab was der boss hier ist ein typ der sich erwähnt er hat ein haus in die kinder sehen wir es uns an der wochen und wir haben das nicht zu deckt ist dann ist er leicht zu erkennen als die verbände runter waren hat sich bento bei alway's hackfresse lustig gemacht alway hat fast einen krieg vom zaun gebrochen swenyo musste einschreiten hört sich nach einem guten ansatz an schieben sie den mord am leutnant in die schuhe und es gibt krieg das ist auch ein info point bauman hat uns gerade ein video mit einem der hässlichsten komiker von bolivien geschickt alway das wird lustig da drüben haben wir noch einen leutnant da haben wir noch zwei also mach du den einen nicht den anderen ok genau ich bin irgendwo entdeckt worden da oben da oben weiter du bloß oh weiter nein ich bin tot nein mich hat ein auto angefangen du und autos nein 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 Na gut. Ich geh wieder zum hinteren Punkt. Ich geh auch. Zum hinteren, oder was? Mhm. Den einen müssen wir noch machen. Wir können den anderen finden, oder? Nach vorne auch. Oh, muss denn jeder von uns machen. Ah ne, Blödsinn ist nur noch der eine. Ja, nein, vergiss es. Oh, das war ein Scharfschützer, Alter. Nein, Alter. Ich bin zu dumm dafür. Was machst du die ganze Zeit? Ich hab mich mit denen wieder angelegt. Das waren Fehler. Sehr gut. Verweinert einfach durch. Unnötige Ziele sind unnötig. Ja. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Oh, die Waffe ist eine Wucht, eine Wucht, Alter. Wenn ich jetzt das dritte Mal sehe, hebe ich sie auf. Also. Verdrückt. Machen wir gleich die Zubehörkiste rechts. Ja, woher kommen wir dann? Bei Hauptmissionen haben wir hier noch keine. Oh ja. Da unten. Scharfschützengeber. Gibt es wieder nach uns. Okay, nice. Und, dead. Ich fülle auch gerade auf, das ist ja nicht hier das Gebiet, was ich gemeint habe, aber war ja gewurscht. Bitte? Ich fülle auch gerade an, das ist nicht das Gebiet, was ich gemeint habe, aber ist eh egal. Achso, ich dachte zuerst, dass du das gemeint hast. Und das rechts, ist wie gesagt. Okay. Na gut. Du hast dich zuerst am Anfang nicht gewehrt. Oh Mann, der ladet wieder lange. Und laden. Und laden. Und laden. Und laden. Oh ja, was ist da jetzt los? Ich hänge bei 75% fest. Und laden. Und laden. Und laden. Ich fülle auch gerne die Snurber, dann holen wir gleich die neue. Ja, bin ich auch dabei. Wenn ich mal reinkomme. Alter. Alter. Batedidoo. Ah, auch schon da. Alter, 900 Meter entfernt. Was wollen wir für mich? Außer du hast eine Heli in der Nähe. Dann nimm dir eine Heli. Habe ich eine Heli in der Nähe? Nein, der Heli ist dort wo ich zwei Mal gestorben bin. Puh, jetzt hab ich doch mal wieder Fertigkeiten. Und ich kann nicht spawnen, wenn du gerade kämpfst steht. Ich kämpfe zwar nicht, aber egal. Auto ist da auch nicht wirklich. Oh ja, da steht ein Auto, warte. Jetzt hol ich mir. Super Auto, Alter, bist du. Oh, oh. Oh, oh. Soll ich immer wieder auf der Brücke zurück? Ich muss ja grad wieder... Ähm, ey. Fertigkeiten auf sein. Ich möchte mich hier schon ewig nicht mehr anschauen. Ja. Oh. Ich bin noch irgendwo. So, bin gleich da. Fuck, Alter, ein Mistauto, Alter, und ich fahr genau dagegen. Gut geparkt, Alter. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Seht mal da, Waffenkiste. Oh, da kann man wieder Beliebungstempo machen. Hast du jetzt hin? Ja. Habe ich, glaube ich, eh schon eins freigeschalten. Habe ich jetzt auch. Da rein. Boah, jetzt hab ich... ... schon mal ordentlich Punkte gegeben. Sturmgewehr schafft. So. Na gut, dann formier's. Markier das. Schauschützengewehr. Und wir fahren hin. Los geht's. Müsst du am Geschütz sitzen? Oder auch nicht? Hast du schon markiert? So. Was? Wo du hin willst. Wegen Geschütz. Ah, wegen Sniper. Jetzt hab ich. Guck mal, da würde ich eher ein Helium füllen. Haben wir keinen verfügbar derweil. Guck mal. Guck mal. Ich hab aber noch nichts markiert. Links oder rechts? Rechts. Achso, du bist im Sniper. Ich hab's schon. Ne, ich hab's nämlich nicht angezeigt. Ah, oh ja, warte jetzt. Ich hab zwar keine Linie, aber ich hab's angezeigt. Die Linie hast du nur, wenn du selber markierst. Okay, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich fahren muss. Ah, da. Links. Ich muss mich ein bisschen einweisen dann. Ich glaub der nicht rechts. 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 Da bin ich oft draufgegangen. Vielleicht hab ich zweimal draufgegangen, wenn wir ein Helikopter haben. Jetzt ist nichts. Läuft. Da bin ich weggeknatzt worden. Das ist mehr so das Dschungelgebiet, gell? Ich glaub auch, ja. Vom Sumpf in den Dschungel. Ja, wir waren ja jetzt im Sumpf. Jetzt waren wir ja normal eigentlich. Ja, eh. Aber davor, meine ich. Zuerst waren wir Sumpf, dann waren wir normal und jetzt sind wir... Regenwald. Mhm. Da mal wieder. Ich würd da runtergehen an deiner Stelle. Falls wir einen Widerstand haben. Ich glaub nicht, dass da so viel Widerstand ist. Da fickt der Scheiße. Ah, den hab ich nicht gut erwischt. Ah, den hab ich nicht gut erwischt. Oh, nicht den nur. Strafschutzwässer. Alter. Scheiße. Das finde ich auch einen kleinen Kritikpunkt. Was denn? Kannst du mich wiederholen? Dass die Gegner zu spät angezeigt werden, wenn du zu überflickst. Äh, warte mal. Oh. 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 Normal und dann... ...warte mal alles rot. Oh. Die gleiche Deckung. Ah, ich bin dort jetzt. Du bist nach hinten gelaufen. Ich stelle doch vor. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wenig Gegner. Du. Das ist leicht. Ich bin hier. Ja, es ist von oben. War ja kein roter Punkt. Oh das ist ein Zeichen, wenn man die Waffe aufnimmt, dann hat man sie, gell? Nein. In der Hand hast du sie, oder? Ich dachte, dann hat man sie auf der Munitionskiste. Nein, dann muss sie sie hinten freischalten. Nein, ich hab's gefunden jetzt. Aufkommen, meine ich. Du hast ja aufkommen. Nein, aber ich mein so, du freischalten Missionen und auf die Kiste. Hey, das sind Schweine, oder? Ja, das finde ich auch, wenn ich davon schieße. Dann hol ich mal das Informationslager und dann kann man abhauen. Alter, wo geht's so weiter rauf? Scheiße. Das ist ein Betankungsplan für einen Versorgungsflug. In Kürze startet ein Transportflugzeug von einer Piste in der Nähe. Wir könnten das Flugzeug selbst nehmen. Bis zu einem Flugplatz fliegen und in der Nähe. Oh, ich muss noch rauf die Sachen holen. Gut für die, gut für uns. Schlecht fürs Kartell. Wohin ist schon hin? Da? Und ich fürchte, ich muss dann, oh, noch irgendwann Waffe wechseln wieder. Ich hab jetzt das urlaute Gewehr genommen. Oh, Granate! Alter! So, wo ist der Kingslayer? Wo ist der Scheiß-Kingslayer? Da? Ja. Okay, ich hau mal ab. Na gut schon, hau mal ab. Ab zum Gewehr. Ah, das ist sogar ein Storger, als es. Ich muss dann aber noch geschwind... Moment dann. Ich muss dann einen erneuten. Oh! Waffen um ihn an, weil sonst bin ich zu laut. Fail. Was ist Fail? Da hinten steht. Oh! So! Wie wir aber diesen Einsatz machen, das werdet ihr nächstes Mal sehen. Bis dorthin, haut rein! Macht's das gut! Ciao! Ciao!